Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe gerade Mittagspause gemacht. Da habe ich meine Spaghetti Bolognese reingewuchtet. Und jetzt ist mein Bauch voll. Und wir können jetzt hier weitermachen mit voller Kraft, würde ich sagen. Stehen wir erst mal auf. Das Übliche. Wir gehen vielleicht erst mal aufs Klo. Klingeln putzen. Rasieren. Okay. Ich mag Bart. Na gut. Wir werden hier hinten bauen jetzt. Und ich habe den Sound irgendwie lauter gemacht. Warte mal. Muss ich mal ein bisschen leise auf meinen Ohren machen. The White Door, Mental Health and Fishing. Oh nein. Ich verstehe. Okay. Ist aber alles noch hier das Übliche. Hill, Robert, 31, Foto. Pam. Alles noch identisch. Gut. Dann. Okay, das verläuft auch in Echtzeit. Frühstücken wir erst mal. Eine Maus. Ist hier rüber gerannt. Ich habe es gesehen. Hier drüben ist die Maus hin verschwunden. In den Schrank vielleicht aber. Wir haben ja eh noch nicht irgendwie den Code oder sowas. Ist in dem Karton. Ach, unsere Sachen, ne? Oh, ich habe Schluck aufgehabt. Entschuldigung. On. Kann ich das irgendwie? Also, ich kann es nicht drücken. Die Hasen ranken da noch gerade rum. Okay, Islander, die kennen wir ja. Hill. Maine. Trove war da hinten, ne? Und Park. Pine. Pine. Es waren übrigens Pines in den anderen Spielen. Keine Oaks, ne? Fällt mir jetzt gerade auf. Ja, keine Ahnung. Dann gehen wir erst mal hier raus aus dem. Oh. 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 Hill, sie sind schon wieder zu spät. Sie haben die Notabschaltung aktiviert. 827. Sie sind entlassen. 827. Okay. Johnson, Birdfruit. Mais, Sonnenblumenkerne, Raps. Samen. Canary Gras. Was ist Canary Gras? Canarien Gras? Ich weiß es nicht. Fotos von uns als Arbeiter. Und von ihr und uns. Ach, die Map. Genau. Okay. Dann machen wir mal den Check als nächstes dran. Oder? Ach, wir haben... Weil wir das Frühstück noch nicht gegessen haben. Muss ich die Maus jetzt wirklich irgendwie finden? Ah. Okay, und am Tisch? Ach. Aber Frühstück ist gegessen. Und sie hat... Kein Hunger mehr. Das ist doch was. So, jetzt ist das gemacht, ne? Körperpflege haben wir auch. Wir sind unsicher, Rackheim. Hi, Robert. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wie fühlst du dich heute? Müde? Okay. Großartig. Okay. Was ist die Hauptzutat im Vogelfutter? Dieses Canary... Gras. Wo befindet sich deine Firma? Weiß ich nicht. Ist es das? Park Road 16? Um kein P, oder? Aber warte mal, schaut mal hier. Das sind 2 und 2. So, nochmal gucken gehen. Ah, warte. Hier unten ist die Adresse doch auch, oder? Johnson Bird Food. Nee, doch nicht. Aber auf dem... Auf dem Vogelfutter selbst? Nee. Es fallen Sachen raus, okay? Woher weiß ich denn, wo meine Firma steht? Es wird schon die hier sein, oder? Aber... Aber was ist denn die Antwort? Ist es vielleicht Road abgekürzt? Oh, wir haben ja kein P. War so ein Road, Park und dann 16, aber... Aber hier könnte... Lake... Mal irgendwo noch... Nee, warte mal. Vogel wieder. Schön zu sehen. Schöne Bäume. Ein Trickfilm wäre jetzt hier so der Geruch, der hier lang ist. Und wo dann hier irgendein, keine Ahnung, so ein Wolf, ein Mädchengeruch hinterher fliegt oder so. Okay, hier ist... Auch nichts. Ich suche gerade irgendwie nach einem Anhaltspunkt, wo... Hier waren wir ja schon drin, ne? Wo die Firma steht? Das ist unsere Mitarbeiternummer, nur, ne? Allzeit gibt's jetzt noch nicht. Teste auch nicht, ne? Naja. Das müssen wir mit der Map irgendwie rauskriegen. Ich glaube, das kriege ich nicht... Oh, Entschuldigung, ich habe gegen das Mikro gehauen. Tappe raus. Ich glaube, das kriege ich nicht raus, weil ich nicht weiß, denke ich zumindest jetzt gerade noch, wie das mit den Straßen und so im Amerikanischen ist. Daran könnte es liegen, so, lasst uns mal... Äh, White Door... Walk Through... So, wir sind mit Tag 3 oder so, ne? So, Tag 3. Okay. hier steht die lösung ist das old nest ist so und die lösung für das okay okay ich zeig's euch die firma ist hier das ist die firma hätte man vielleicht an den dingern erkennen können und man gibt wohl 30 lake street ein bei ihr hier also man macht so lake war schon ganz richtig und street ist st wo findet sich das kaffee ohne ist okay das habe ich ja gerade schon gesagt das ist das on da 16 park road an die park rd sagt man nur wie lautet der notfallcode 827 fisch bürger oder pommes ich möchten bürger es war schön dich wieder zu sehen ich behalte dich im auge okay dann ist jetzt unser gehirntraining wieder dran es passiert wenn ich vielleicht nach entscheiden sie sich müsste hier okay ich dahin gehen jetzt oder was ach so wo ich stehe oder wie was soll ich denn machen ach weil das fenster fehlt okay sei es geschnallt der tisch fehlt der baum rechts unten oder tisch die tür und rein mit der tablette war nicht lecker okay dann ist jetzt aber zeit für freizeit was haben wir denn heute was ist das oh eins meiner disziplinen nehmen wir mal hier vor gelegen ist beiseite immer her gut also wir brauchen was was die sechs so liegend hat glaube ich ne hat keine anderen raum und bloß hochkant so irgendwas was die vier hier hat warte mal was passt denn hier hin ein doppelter passt noch hin also jemand der die vier links hat ist er so jetzt brauchen wir eins und zwei nehmen wir den hier einfach noch mal kurz hier so wenn wir besser sehen können so jemand mit der sechs oben er mit der vier oben haben wir nur das hier ne gut links mit zwei haben wir mehrere und eine vier aber nur den links eine eins haben wir auch nur einen links eine drei ist auch nur der würde ich behaupten fünf und zwei rechts eine drei rechts eine fünf und zwei zu zwei mein lieblingsspiel echt gut na dann guck los mal ob wir halt wirklich alles erledigt haben nur noch die nachtruhe genau und draußen ist alles friedlich ab ins bett mal sehen was wir am nächsten tag haben la ra i woke up in the afternoon again i had no reason to get up i was watching tv die 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 in in e in in Was? Was soll ich tun? Hä? Haben ihr nicht gerade gesagt, ich soll aufwachen? Was ist sie? Was ist sie? Was ist sie? Was ist sie? Hallo, Herr Hill? Herr Hill, bitte open the door. Thank you. Good afternoon, Mr. Hill. Our condolences for your loss. Please accept our gift. The leaves were moving. Thank you. Do you mind filling out this questionnaire? Thank you. Please take my card. If you ever need any help, you can always call. Tag 4. Tag 4. Tag 4. What is slancy, how has happened? It's a good question. Intimate year. Ah, bei einer akuten psychischen Krise rufen Sie bitte folgende Nummer an. Bitte rufen Sie aus dem Aus, bitte rufen, äh, für Anrufe aus dem Ausland können je nach Anbieter höhere Gebühren anfallen. Okay. Tee. Es regnet heute mal. Ich wäre gerne in Freiheit. Da war bestimmt mal ein Bild von uns drin oder von Laura. Es ist immer noch das gleiche. Hier ist... Was auch immer. Okay. Wenn wir an jedem Tag ein Zeichen finden können oder so. Ich weiß es nicht. Schon wieder Donuts. Dann mal ist der Tag ganz normal vergangen. 17. Anscheinend ja. Okay, dann buzzen wir mal. Oh Leute, ich sehe aber gerade, bevor wir die Visite hier durchnehmen, wir sind schon mal 20 Minuten angekommen, machen wir eine kleine Pause. Also, und wir legen beim nächsten Mal wieder los und schauen wie das Ganze hier weitergeht. Also bis dann. Tschüüüüü.